Hallo und willkommen zu einem neuen Planet Zoo Announcement Trailer mit euch Zusammenguck Video. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Wir haben auf jeden Fall ein neues DLC angekündigt bekommen, heute um 12 Uhr, nämlich das Southeast Asia Animal Pack. Das ist ein Paket mit 8 Tieren und dazu ist auch ein wunderschöner Trailer rausgekommen. Ich würde auch sagen, den gucken wir uns jetzt als erstes mal an. Ich muss aber vorweg sagen, ich habe ihn schon gesehen, also es ist nicht das erste Mal, dass ich den jetzt gucke. Aber let's go. Genau, das Ganze kommt am 30. März. Das heißt, von heute an in 12 Tagen und wird 9,99 Euro kosten, beinhaltet 8 Tiere und soweit ich weiß keine neuen Bauelemente oder sowas. Also es ist lediglich ein Tierpaket. Welche Tiere das genau sind, da gehen wir gleich auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber es kommt auch noch dazu, ein kostenloses Update, dazu habe ich gar kein Video gemacht. Da sind einige coole neue Funktionen ein oder drin, dass man auch zum Beispiel das Wasser einfärben kann und sowas. Habt ihr aber sicherlich schon gesehen. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt nochmal ein bisschen genauer hier an und gehen nochmal ein wenig genauer auf die einzelnen Tiere ein. Da haben wir als allererstes diesen wunderschönen Bären, davon werden wir gleich auch noch mehr sehen. Das ist der Sunbär oder auf Deutsch Malayanbär. Habe ich vorher so noch nie gehört, aber der sieht wirklich sehr besonders aus. Sieht halt ganz anders aus als andere Bären. Hat auch eine sehr lange Zunge, habe ich gerade schon gesehen bei Google auf Bildern. Und dieses ganz markante, fast schon goldene Fell. Ziemlich hübsch. Und das schon direkt das nächste Tier. Das ist der Clouded Leopard oder auf Deutsch Nebelpardar. Den habt ihr auch schon mal als Mod. Den habe ich euch nämlich schon mal vorgestellt, das weiß ich noch. Und das nächste Tier ist der Malayan Tapir oder malaysische Tapir oder auch Schabrackentapir genannt. Im Prinzip eigentlich nur ein Tapir mit einer bisschen anderen Färbung, wenn ich das richtig sehe. Wo ein bisschen anders sind die von der Körperform schon. Ganz, ganz leicht. Aber viel unterscheidet sich da nicht zu dem normalen Tapir. Und wieder das nächste Tier. Die Namen werden immer schwieriger. North Sulawesi Barbirusa. Oder auf Deutsch Sulawesi Hirschewa. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal, Smot. Zumindest einen, der sehr, sehr identisch von den Stoßzähnen aussah. Ich weiß nicht, ob das genau diese Unterart war. Ich glaube aber schon. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal uns angeguckt gemeinsam. Ist ja nicht wunderschön. Das ist schon das nächste Tier. Ich bin nochmal zurück. Der Nebelpardar. Ein wunderwunderschönes Tierchen. Aber erinnert mich sehr stark natürlich an den Jaguar. Gerade auch hier in dieser Umgebung. Nur halt ein bisschen anders von der Farbe und Maserung hier. Von den ganzen Zeichnungen auf dem Fell. Und das nächste Tier. Das ist der Nasenaffe. Ich habe es lieber nochmal nachgeguckt. Ich war mir eigentlich bei dem Namen ziemlich sicher. Kann man ja auch uns schwer an dieser Nase, die wie was Bestimmtes aussieht, gut erkennen das Tier. Auf Englisch heißt er Hobussis Monkey. Also die englischen Namen sind da teilweise ja noch viel, viel schwieriger. Haben wir auch schon durch Mods gesehen. Das ist aber auch echt der Grund, muss ich sagen, dass ich nicht so geflasht bin. Weil diese Tiere haben wir alle schon fast durch Mods in das Spiel bekommen. Bis auf den Sonnenbeer bis jetzt. Sprechen wir gleich auch nochmal genauer drüber. Also ich bin wirklich nicht so hyped von dem Pack. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber es ist trotzdem immer schön natürlich neue Inhalte zu bekommen. Weiter geht's. Da ist er nochmal. Schade, dass man hier die Zunge nicht sieht. Weil bei Google hat man gerade gesehen, dass er eine sehr lange Zunge hat. Also so eine richtige Ameisenschleckzunge. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwie auf Insektenjagd geht. Mit der Zunge. Und diese Krallen. Ich weiß nicht, wo für die sind. Die sehen so ein bisschen aus, als wenn er da echt so die Rinde... I don't know. Der kann bestimmt auch gut klettern oder sowas. Da habt ihr die Zunge gesehen. Oh ja, das ist sehr cool. Da guckt euch das an. Monströse Krallen und eine monströse Zunge. Der hat aber auch wirklich hier eine schöne Maserung mit diesem goldenen. Und das war's schon. Aber es gibt noch weitere Tiere. Auf die gehen wir jetzt auch nochmal schnell ein. Und bevor ich es vergesse, das Originalvideo, was wir uns hier gerade angesehen haben, ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Schaut da vorbei. Lasst ein Like da. Und auch das neue DLC, das Southeast Asia Animal Pack, ist unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Und so ein paar Screenshots gibt es auch noch dazu. Und das Erste, was mir hier direkt auffällt, das hier ist doch neu, oder? Es sieht so ein bisschen aus wie so ein neuer Schlafplatz für die Tiere. Also dass hier der Nebelpaar da drauf schlafen kann. Oh, hier sieht man nochmal das Feld. Das sieht wirklich wunderschön aus. Kann man nicht anders sagen. Also wirklich tolle Farbe. Also vielleicht kriegen wir doch so ein paar neue Bauteile. Zumindest passend zu den Tieren halt, was die dann brauchen in den Gehegen. Oh, wie schön. Sehr, sehr hübsches Tier. Ich mag diese goldene Farbe hier vorne besonders gern. Dann haben wir nochmal den Nasenaffen. Und nochmal. Ah, die sehen aber auch weird aus. Felsame Tiere. Oh, das war's schon. Schade, schade. Das waren alle Screenshots. Aber es gibt noch weitere Tiere. Unter anderem den Binturong. Sieht so ein bisschen aus wie ne Mischung aus Waschbär und Marder oder sowas. Relativ dunkel. Sieht interessant aus. Finde ich cool. Scheint wohl auch in den Bäumen zu leben. Dann haben wir noch den Usuridol. Das ist so ne Mischung aus Fuchs und Hund, würde ich fast sagen. Also eher so ein kleiner Hund in relativ rötlichem Fell. Sieht auch ganz süß aus. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Vivarientier. Nämlich das große wandelnde Blatt. Das ist dieser Käfer, der halt aussieht wie ein großes wandelndes Blatt, wie der Name schon sagt. Sieht echt interessant aus. Also ich glaube, das ist mal ein sehr cooles Vivarientier, auf was ich mich sehr freue. Ist mal was ganz anderes. Das waren jetzt erstmal alle Infos zu dem neuen Tauce East Asia Animal Pack. Zumindest die Infos, die ich euch auf die Schnelle mitteilen konnte. Falls ihr noch mehr wisst, gerne unten in die Kommentare. Und ich kann jetzt nochmal drauf eingehen, warum ich nicht so mega geflasht und gehypt bin von diesem DLC. Das liegt einfach daran, dass wir nur acht neue Tiere bekommen. Und das sind jetzt nicht acht neue Tiere, die mich mega vom Hocker hauen, muss ich sagen. Bei dem Aquatic DLC, da war es echt krass, weil das war was ganz Neues. Das waren erstmal mein zweitliebstes Zootier mit dem Otter. Aber das waren halt auch Tiere, die halt in einem ganz anderen Biom lebten und ganz andere Bewegungen haben, ganz andere Lebensweisen und sowas. Das macht sie halt viel, viel interessanter als jetzt zum Beispiel hier der Nebelpader. Der ist ja eigentlich relativ ähnlich wie der Jaguar wahrscheinlich. Sieht halt nur ein bisschen anders aus. Noch ein weiteres gutes Beispiel ist wahrscheinlich so das Faultier. Das wäre zum Beispiel auch super interessant, weil es einfach eine komplett andere Lebensweise hat. Halt nur in den Bäumen hängt und ganz, ganz anders ist als die anderen Tiere. Ich hätte mir tatsächlich lieber sowas gewünscht wie zum Beispiel ein Vogel-DLC wäre cool gewesen, dass man so Voyeren bauen kann. So nennt man das doch, glaube ich, ne? Und dann irgendwie Papageie, Tukane oder sowas halten kann. Oder halt natürlich ein Aquaristik-DLC. Dass man endlich mal so ein paar Fische haben kann, Aquarien bauen, richtig coole Haithunnel und sowas. Das hätte mich viel, viel mehr von den Socken gehauen, muss ich sagen. Es ist natürlich trotzdem echt cool, aber dadurch, dass die Modding-Szene momentan auch so Fortschritte macht, flasht einen das halt noch weniger, weil die Mods sind wirklich insane. Und dadurch rückt halt das Tier jetzt hier so ein bisschen nach hinten, muss man einfach sagen. Ist aber auch nichts Schlechtes für uns, ne? Also die Mods sind wirklich Weltklasse momentan. Wenn ich zum Beispiel mich hinsetzen würde nochmal und mich entscheiden wollen würde, für welches Tier ich ein Gehege baue, würde ich ehrlich gesagt keins von diesen acht wählen. Sondern ich würde mich für den großen Hammerhai, glaube ich, entscheiden. Weil ich das viel, viel interessanter und spannender finde, als jetzt für so eine Raubkatze nochmal ein Gehege zu bauen. Aber es ist halt nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt da gerne auch mal eure Meinung zu unten in die Kommentare schreiben. Das war aber wie gesagt das Southeast Asia Animal Pack. Ich bin gespannt, kommt am 30. raus, kostet 9,99 Euro. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.